Prozent Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Battlefield 3 Koop dies jetzt sind wir in der dritten Mission und Jan ist auch wieder dabei Ja Jan, was gibt's denn? Und ich bin am Geschütz Jawohl Jetzt müssen wir aussteigen Oh man breiter Hamid Elser Kiel die einen Abwehr. So bist du? Anna. Sogarst nach F2 da bin ich gut will tatsächlich noch wo ist das mit Anmerkung die spezielle Messeilens ja der 52 okay würde ich krebs aufgemacht ja hier ist niemand da türe ich sicher die tür warte nicht ich töte nicht töten weil wir gucken jetzt mal wie viele es sind 1 ich zähle 1 ich zähle 2 du nimmst den stehle ich in den sitzenden 2 1 Läuft bei uns UAKM aber die ist nicht gesilenced ne meine weiter geht's da vorne da vorne da vorne ich nehm den linken nur nimmst den rechten dann komm hier her ok siehst du den rechten ja ok gut 3 2 1 scheiße jan ja was denn ich hab mir nicht gedacht dass er den Schuss überlebt ich hab voll den Headshot verpasst ey da ist ne Schrot ach man ok warte ich öffne die Tür aha Kamera kaputt gemacht ja ich wohnen sag mal was haben die alle ne ah die hat alles da hat die Schrotokale ok AKM am Anfang wie ist es bei uns aber dann ja ja egal dann hat der einen Headshot überlebt haha gut das ist Kamera ausgeschalten ja hab ich vorhin auch schon gemacht 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 was WTF WTF bisschen was explodiert hast du auf den äh nein das waren die die haben drinnen die Tür aufgesprengt da ist aber niemand hier VIP nicht schießen nicht schießen ich laufe über ok komm mit ok ja zu den Humvees ja ja komm mit da muss ja auch laufen ja klar ok hat ne Waffe 0 hat ne Waffe genau erstmal fett ne Waffe schnappen VIP ich sehe hier hinten ok ich sehe hier hinten ohne Witz ich hab heute ähm die ich hab heute die Dead Space Folgen geschnitten ach geil ohne Scheiß ja so krank weißt du ja äh saumel du sollst das Spiel als würdest du das Spiel nicht kennen erstmal rückwärts laufen ja ok wir sind da ey aber das war ne gute Bisse oh sagt mich wir müssen jetzt richtig bei desportieren unseren Scheiß das ist voll geil ich will einsteigen ich will einsteigen ich will einsteigen ey ich will einsteigen zeigt sich wir müssen mitlaufen ja ok ja tatsächlich wir müssen mitlaufen klar wir müssen die Straße ey das sind verkackte Panzerwagen Munitionskiste die werden sich wohl ähm äh alleine beschützen können ok Jan an der Wand halten an der Wand halten der wiss nicht weil sie kommen da vorne links er ist links ja ich sehe es Panzerfaust da 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 ich lade mal kurz nach ja ich rück vor das Termin ist jetzt voll praktisch oh fuck sollte man in Deckung gehen ja da solltest du von hinten ja das war ich auch zu sagen alter ich dachte so jetzt kriegen wir auch noch von hinten feinen da vor dir ja du bist vor mir direkt doch ich muss kurz Leben aufladen muss man auch gleich auf dich aufladen ja ich habe gerade geschossen ja ok sorry oh what the fuck ich sollte in Deckung gehen aber die treffen denn auch sofort was ist denn die Saiga das ist ein Schrot glaub ich wieso hat er das überlebt ey hier gibt's das Sniper hier steht ne Sniper echt das nice ja ja hier aber ich nehm die mal nicht das ist RPK keine Sniper nein da steht ne SVD auf der anderen Seite hier 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 Jan ja aber wie ist die G36 ich nehm die einfach mal die ist ganz gut an die Spitze setzen ok setzen wir uns an die Spitze ich will aber ein anderes Visier auf dir haben das Visier ist voll hell ja klar erstmal mich weiterschieben hier mal fucker ich renne wartet auf mich ich werde vom motherfucking Panzerwahn durch die Gegend geschoben das sieht man gar nicht nicht doch sieht das 50er war mal was what the fuck wo denn bist du schön da oben ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich sehe nicht da oben rechts oben na da oben war auch einer ja ich weiß nicht what the fuck von wo von da ich bin tot ich bin tot wo bist du wo bist du ich sehe dich nicht dick mittendrin ich muss nur einen Held tot machen so eh ich halte eh ich kann mich nicht hinlegen da 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 what the fuck schon wieder tot wurde da vorne da vorne da vorne da vorne halte eh wie hinter der Wand ah nein Samuel wer darf geschossen ich muss dann nicht hinlegen ich versuch sie mir zu holen aber ich überlebt ihn ganz schön viel ah die kommen in den Zaun ich muss nachladen ich muss nachladen oh fuck it oh oh springt der da rot nehmt die Schützenposition ein jahuu Alter jetzt haben wir es f ja 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 ich kann nicht einsteigen ja ich muss die andere Seite wechseln scheiße scheiße sooo jetzt gehts euch an den Kragen oh ja war der Jan der Vorfahren ja warte dir denn bei dem fällt die Tür bei uns am VIP ja was mir nicht gefallen wo denn wo denn wo denn hehehe ich hab einfach auf ein Auto geschossen ach so aber wenn ich wie drei sie dann noch schon äh äh ja aber alter wo sind die Mangos denn andere Seite andere Seite andere Seite ja ja die stehen hier alle ohne Deckung durch die Gegend da oben da oben da oben jetzt fahr ich vor oder wie da hält es ja auch noch Spaß das Ding gar nichts kann ey oh leu LOL ach ha ha hier leu da leck ein bisschen in der Luft wo von hinten ja irgendwie an dem Fall passiert ah leu der eine der eine der in der Luft drin liegt der liegt immer noch hehehe okay 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 wieso steckt man eigentlich nach oben aus so nicht nach unten weil es schneller ist hm ich bringe ein bisschen zu 4 ja die du das reicht wird einer von uns machen C4 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 warte geh weg da ist ein Gegner da ist ein Gegner oh na super ich hab mich voll in die Luft gesprengt lebst du noch ja ich versuch gerade auch aber ich nicht ich nicht alter die kommen schon ja ich muss nachladen ich muss nachladen ich renne ich geb dir Rückendeckung ich geb dir Deckung ich will decken stehst du jetzt voll im Visier ich kann dich nicht mehr decken ja tschuldigung ja eigentlich bist du jetzt selber schütteln wenn du dann drauf gehst ja ich weiß aber ich kann es passern ja ne 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 wie ist der jetzt tot? ich glaub ihr steht da oben wer nervt mich ich bin diesen tot ich bin hinter dir ja ich weiß und ich muss auch noch nachladen ey nachladen? ne nachladen ne nachladen what the fuck Entschuldigung die kommt von allen Seiten achso das warst du da ich verlasse das Kampfgebiet Jan ja ich nehm links du nimmst rechts ok ja sollen wir nicht in die Autos ansteigen oder was ist jetzt gerade überhaupt passiert wir müssen da hingehen ach wir müssen wieder einsteigen ja eh hier hier steig ins Fahrzeug ein Alter das ist echt schlau ja wie soll ich denn Lange steig doch wieder ein bin ich doch also ok du bist derjenige das hat nur auf dich gewartet bei dir einer jetzt direkt auf ich nehme hast du die linke Seite genommen dann GRACHTI die Ah ok hab keinen mehr getroffen kommt bei der musik bei mir nicht gut jetzt schon aber halt leise der welt ist raus hier los ja klar erst mal raus wir haben noch ein fett panzer war die anleitung zum flug abwehr geschützt ist das war meine ich glaube ich muss mich wiederbeleben ich werde abgeschossen abgeschossen eine ahnung von irgendwo hat der fiat keine komission ich glaube nicht schade eigentlich ich habe mich doch gerade hingelegt sammeln muss ich wieder und wieder belegen nein da hinten am auto am auto am auto hol ihn dir hol ihn dir ja ich bin dabei die stehen auch in dem haus die stehen in dem haus drinnen und snipen uns weg man muss überlegen keine blauen markierungen man kann nicht mal gescheit zur munitionskiste laufen gleich tot ich bin tot ich muss mich gerade in decke begeben ich weiß es ist ich habe das Auto explizit aller nötig es ist perfekt dass man sagt es kann da auch wenn da auch was ist verkackten Haus raus. Da hinten lag doch ein Sniper. Ja, da hinten liegt ein Sniper. Ja. Warte, mit R. Abzieh! What the fuck?! Ich kann nicht bei Zielen richtig! Bin tot, bin tot, bin tot! Ah ja, ich schon. So. Ich halte eh. Du bist da. Mach ihn weg. Krank. Bist du dir sicher, dass es Schwierigkeitsgrad normal ist? Ja, bin wieder drauf. Ich halte eh. Ach, da hinten! Verdammte Scheiße, dahinten ist... So, wo ist da hinten? Hab ihn weggemacht, hoffe ich. Alle wieder okay, da mal weiter heißt es. Geh mal kurz zurück mit so kacken VIP dahin. Oh, die Panzerfaust, halt noch ein Leid geht. Wo sind die alle hin? Wo ist die Panzerfaust? Ich sehe keine Panzerfaust, aber irgendwie höre ich ein Heli. Da oben, auf dem Dach, Alter! Wie geil der gerade geflogen ist. Ich hab' die Waffen verzieht! Da oben, du musst die wegmachen. Ich glaub' keine Sniper. Aber der Heli kommt, wir haben einen Heli. Wo ist denn deine Sniper? Wo ist denn deine Sniper? Die liegt da irgendwo. Da. Ja, wir haben einen Heli, Mann. Mit Venom. Und ne, ist Little Bull. 6, 6, 6. Paket wird ausgeliefert. Los, los, schab' wieder rein! Und los, 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 zum Heli, zum Heli, zum Heli, zum Heli. Wer ist der Heli, Bob? Zu Venom, zu Venom, zu Venom. Wer ist der Heli, Bob? Bin drin. Ja, ich bin. Okay. Ja, klar. Erstmal hier nicht reinstell' mal, fucker. Natürlich ist auch mal ein Punkt so unnichtig. Snake ist eh gesetzt. Au! Au! Sehrige Punkte sind überbroten, haben wir das hier. Ey, wir haben die Mission zum ersten Mal geschafft. Beim ersten Mal. Mhm. Ich fand unser Sneaky am Anfang war geil. Mhm. Was schalt mir denn das Nächstes frei? Also ich hab die MP7. Ja, ich auch. Ich hätt gern die SG... 553. Entschuldigung, was ich esse an dem Ball. Und weiter. Jetzt kommt... Hit and Run. Normal.